Studenten machen Schule. Hallo, ich bin Anne von Studenten machen Schule. Ich werde dir heute Lesetechniken zeigen und erklären, wie man exterpiert. Dies soll dir helfen, geeignete Texte für Referate oder Facharbeiten zu finden und Informationen besser zu ordnen. Fangen wir an mit Lesetechniken. Hier geht es darum, dass du möglichst schnell herausfindest, ob ein Text hilfreiche Informationen enthält. Stell dir vor, du musst eine Hausarbeit über die fachgerechte Haltung. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten hier im richtigen ... ... ... ... ... ...